Vor kurzem hatte ich die Freude, im Rahmen der Presence Kultur Lounge, der Kultureinrichtung, die ich leiten darf, eine Reise nach Israel durchzuführen. Wir waren eine Gruppe von elf Personen und wir haben für zehn Tage das Land bereist. Und das war für mich das erste Mal in Israel und es hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, was ich dort erlebt habe. Ich war an keinem Ort bisher, der mich so tief erreicht hat wie dieses Land. Zum einen war ich sehr davon beeindruckt, dass dieser Ort sehr viel Geschichte ausstrahlt. In diesem Land wird seit tausenden von Jahren Geschichte geschrieben. Und unsere Reiseleiterin, die uns durch das Land geführt hat, sagte zu mir, als wir eine Kirche betreten haben und ich nach oben schaute, sagte sie etwas, was ich mir für immer merken werde. Sie sagte, Simret, in Israel, wenn man einen Raum betritt, schaut man nicht nach oben, sondern nach unten. Denn da passiert das Eigentliche, denn worauf du stehst, hat so viele Geschichten an Geschichte, es ist unglaublich. Es ist so viel passiert und das Eigentliche ist unter der Erde und tatsächlich passiert an diesem Ort, in diesem Land seit tausenden Jahren Geschichte. Ich war natürlich auch sehr davon beeindruckt, dass Menschen von den drei Weltreligionen so eng beieinander zusammenleben. Juden, Christen und Muslime so verdichtet an so einem kleinen Fleck. Ich war sehr davon angetan, auch als Christ, als Pastor, als Theologe, auch in diesem Land unterwegs zu sein, wo die biblischen Geschichten, die ich seit Jahren für mich lese und entdecke, sich zugetragen haben. Und in Jerusalem unterwegs gewesen zu sein, wo Jesus und die Jünger und auch andere bekannte Persönlichkeiten der Bibel unterwegs waren. Und dann im Norden des Landes unterwegs gewesen zu sein, beim See Genezareth und in den kleinen Ortschaften, wo Jesus der Meister unterwegs gewesen ist. Und festzustellen, dass Jesus eigentlich aus einer einfachen Gegend zu einfachen Menschen in einfachen Worten gesprochen hat, dass er nicht aus dem Machtzentrum Jerusalem kam, sondern von diesen Dorfgegenden her Menschen erreicht hat und damit die Welt verändert hat. Das hat mich sehr berührt und beeindruckt und an Orten gewesen zu sein, wo David seine Psalmen gesungen haben mag. Und das hat mir ganz neue Augen gegeben, wenn ich jetzt diesen Geschichten für mich begegne. Aber was mich vor allem sehr, sehr bewegt und berührt hat und mir wie ein undurchdringliches Rätsel schien, war die Situation zwischen den Israelis und den Palästinensern. Zu sehen, dass an diesem Ort Menschen zusammenleben, die aufeinander angewiesen sind, die nicht ohne einander leben können. Menschen, die denselben Ort jeweils für sich beanspruchen, aber in solch einem tiefen und komplizierten Konflikt miteinander stecken. Das Ganze war sichtbar an unserer Reiseleiterin, einer jüdischen Israelin und an dem palästinensischen Busfahrer, der uns durch das Land geführt hat. Und zeichenhaft wurde es für mich deutlich, als wir die Golanhöhen im Norden von Israel besucht haben und davon weggefahren sind. Die Golanhöhen werden international eigentlich als syrisches Gebiet gesehen, aber die Israelis sehen sie als ihr eigenes Land, nachdem sie das Land eingenommen haben. Als wir dann diesen Ort verlassen haben, wir hatten eine Führung dort gehabt, viel erlebt, schöne Natur, und die Führerin hat uns natürlich diesen Ort als Israel vorgestellt. Und als wir weggefahren sind und die Grenze der Golanhöhen verlassen haben, zurück in den Süden, sagte der Busfahrer fast provokativ, Bye-bye Syria! Und damit war klar, was er ausdrücken wollte und dass unsere Reiseleiterin nicht begeistert war davon, könnt ihr sicherlich ahnen. Also an diesem Ort arbeiten zwei Menschen zusammen, die ganz unterschiedliche Sichten auf die Wirklichkeit haben. Und das war für mich ein Ansporn, mich näher mit diesem Konflikt zu befassen, mehr darüber zu lesen und anzuschauen. Und als ich mehr darüber erfuhr, wurde mir umso bewusster, dass es eigentlich kaum einen Ausweg gibt aus diesem Konflikt. Es ist so kompliziert und so verworren und die Sichten und die Erfahrungen sind so unterschiedlich und die Narben und die Wunden gehen so tief, als dass mir schwer einen Ausweg zu geben scheint in dieser Situation. Als ich darüber nachdachte und ich habe irgendwie viel darüber nachgedacht, hat es mich schon bewegt, habe ich irgendwie mir gedacht, kann das sein, dass das, was sich dort abspielt, eigentlich ein Sinnbild ist für unsere Welt mit ihren vielen ungelösten Konflikten auf globaler Ebene, auf regionaler Ebene, da liegt so viel im Argen und so viele Konflikte zwischen Völkern und Nationen schreien es so kompliziert und ausweglos zu sein, dass das eigentlich ein Wunder ist, dass wir in dieser Welt einigermaßen zusammenleben. Aber für mich wurde diese Geschichte auch zu einem Sinnbild für mich als Einzelnen und für uns als Menschen in unseren kleinen Zellen, in den Zellen unserer Familien. Denn manche Konflikte, die sich dort abspiegeln, manche Komplikationen, die es in Familienkonstellationen geben mag, auf die gibt es auch keine leichten Antworten. Manches scheint so kompliziert zu sein, dass wir manchmal nicht wissen, wie wir das lösen können oder sollen. Ja, vielmehr lernen wir manchmal, mit ungelösten Konflikten zu leben und irgendwie es zu schaffen, dass es nicht eskaliert. Und damit ist manchmal sogar sehr viel getan, wenn manches Familiengebilde einigermaßen vorangeht, ohne dass es eskaliert. Wenn du dich in solch einer Familienkonstellation nicht befindest, wenn du den Eindruck hast, dass alles bei dir im Großen und Ganzen gut läuft und sämtliche Konflikte mit Gesprächen und mit guten Lösungen angegangen werden, dann freue ich mich für dich. Aber wenn du den Eindruck hast, auch innerhalb deines eigenen Umfeldes, familiären Umfeldes, dass manches sehr schwierig ist, anzugehen, und wenn du dabei bist, irgendwie zu überleben und zu schauen, dass die Dinge vorangehen, dann sei dir dieser Geschichte gewidmet, die ich gerne mit dir teilen möchte. Da ist ein Vater, ein feiner Herr, er ist wohl behütet, groß geworden. Seine Eltern haben ihn im hohen Alter bekommen, deshalb haben sie ihn ganz besonders beschützt und dafür gesorgt, dass ihm kein Unheil näher kommt. Er wächst auf, ein feiner Herr, sehr beschützt. Er hat sich vielen Konflikten nicht stellen müssen und dort, wo Konflikte aufkamen, hat er versucht, einen eleganten Ausweg zu finden, ohne eine Konfrontation zu beschwören. Und seine Frau? Genau das Gegenteil. Eine starke Frau, eine Draufgängerin, eine Frau, die Konflikte nicht scheut, die die Dinge direkt anspricht, die keine Angst hat, sich dem Neuen zu stellen und ihren Weg zu bahnen und zu gehen. Der ältere Sohn? Ähnlich ein Stück weit wie die Mutter. Ein Draufgänger, ein Abenteuerlustiger. Er ist gerne rausgegangen, er hat sich gerne neuen Herausforderungen gestellt. Er war nicht gerne zu Hause. Er war ein Abenteurer, der die Welt entdecken wollte und sich immer wieder beweisen wollte, dass er die Welt packt und dass er sie bezwingen kann. Er ist gerne rausgegangen, hat die Dinge angepackt und ist nur abends nach Hause gekommen. Sein jüngerer Bruder? Ein feiner Kerl. So ähnlich wie sein Vater. Er war meistens zu Hause. Er war daran interessiert, wie die Familiengeschicke geführt werden. Er hat nachgedacht, er hat sehr viel überlegt, bevor er gehandelt hat. Er war mehr oder weniger ein nachdenklicher Gentleman wie sein Vater. Und nun ist diese Familie da. Und es ergibt sich, dass der Vater interessanterweise eine besondere Beziehung zu seinem älteren Sohn hat. Und der Gentleman des Vaters findet wahrscheinlich einen Kontrapunkt in dem älteren Sohn, der sich vor nichts gescheut hat, der sich für nichts schade war. Und irgendwie hat dieser Sohn für ihn wahrscheinlich etwas verkörpert, was er selbst nicht dargestellt hat. Und die Mutter? Wiederum fühlte sich angezogen zu dem jüngeren Sohn, zu dem feinen Kerl, zumal er auch oft zu Hause gewesen ist und sich für sie interessiert hat. An dieser Stelle fällt mir auf, dass Eltern doch unterschiedliche Beziehungen zu ihren Kindern haben. Also ihr müsst wissen, ich komme aus einer Familie. Wir sind sechs Kinder. Ich habe eine Schwester, Saba, die Königin von Saba. Sie haben wir immer geehrt. Sie hatte sogar immer ein eigenes Zimmer gehabt bei uns zu Hause, während fünf Jungs in einem Zimmer schlafen mussten. Das werden wir ihr nie übel nehmen. Und das Zimmer ist heute noch im Haus meiner Eltern als Saba's Zimmer bekannt. Und manchmal pflege ich, vor allem bei meiner Mutter, ihr eine Frage zu stellen, um sie ein bisschen zu provozieren. Und ich weiß schon, welche Antwort da kommen wird. Ich frage sie, Mutter, welche von deinen Kindern von uns magst du ganz besonders? Wen hast du ganz besonders lieb? Und ihr ahnt schon, welche Antwort da wahrscheinlich kommt. Mein Sohn, ich mag euch alle gleich. Und da lachen wir zusammen und wir wissen Bescheid. Du magst alle gleich, ich weiß Bescheid. Also, die Eltern sagen das natürlich und die müssen das sagen. Das ist ihr Job, das zu sagen. Und wenn ihr Eltern seid, sagt nichts anderes. Das ist immer der Job zu sagen, ich mag euch alle gleich. Und doch wissen wir, es gibt unterschiedliche Beziehungen, unterschiedliche Dynamiken auch in der Familie. Und so war das auch in dieser Familie. Der Vater zum älteren Sohn, die Mutter zum jüngeren Sohn. Und da war aber noch das Familienerbe, die Familientradition, die schon seit einer Generation zuvor in dieser Familie gepflegt wird. Denn diese Menschen haben den Eindruck, dass Gott selbst, der Schöpfer, etwas Besonderes mit ihnen vorhat, dass er sie führt und dass er aus ihnen ein Segen für andere Menschen machen möchte. Und mit dieser Geschichte sind diese Kinder aufgewachsen. Und im Laufe der Zeit stellte sich die Frage, wer dieses Familienerbe weitertragen würde in die nächste Generation. Und es war leider nicht zu übersehen, dass sich der ältere Sohn sehr wenig dafür interessiert hat, dass er zu sehr mit sich selbst und mit seinen Abenteuern beschäftigt war, während der jüngere Sohn sehr wohl daran interessiert war, dass das besondere Familienerbe, die besondere Familientradition und die Geschichten, mit denen sie groß geworden sind, auch an die nächste Generation weiter getragen wird. Und als sich das abzeichnete, war das klar, dass früher oder später der Vater als Leiter dieser Familie Verantwortung zu tragen hatte darüber, wie die Geschichte dieser Familie fortgesetzt wird. Und er musste harte Entscheidungen treffen, nämlich den jüngeren Sohn damit beauftragen, das Familienerbe fortzuführen. Aber leider, der Vater aufgrund seiner Affinität zum älteren Sohn und womöglich aufgrund seiner Konfliktscheue übernimmt diese Verantwortung nicht. Er lässt es schleifen, er lässt es laufen. Er trifft keine Entscheidung. Und natürlich, in dem Kontext, in dem diese Familie gelebt hat, war es auch geboten, dass der ältere Sohn in der Regel die Verantwortung übernimmt. Und das hat es ihm womöglich nicht leicht gemacht, schwierige Entscheidungen zu treffen. Womöglich hat seine Frau mit ihm gesprochen, ihm die Situation dargelegt und gesagt, wir müssen Entscheidungen treffen. Und mein geschätzter Mann, du weißt, wer sich hier für die Belange der Familie wirklich interessiert. Und womöglich mag sie ihm auch davon erzählt haben, dass sie tief im Herzen spürt, dass Gott zu ihr geredet hat, schon vor langer, langer Zeit, bevor die beiden auf die Welt kamen, dass Gott mit dem Jüngeren etwas Besonderes vorhat. Aber leider kam das bei dem Vater nicht durch. Und er ließ es darauf ankommen, dass er ganz, ganz alt wird. Und als es gar nicht mehr anders ging, als dass er einen Segen ausspricht, als dass er einen der Söhne beauftragt für die Zukunft, dass er das in die Hand nimmt. Und da passiert der Super-GAU in dieser Geschichte. Anstatt endlich Verantwortung zu übernehmen und den zu beauftragen, der sich für die Familie interessiert, den Jüngeren nämlich, entscheidet er sich für den Älteren. Und damit verursacht er eine Situation, in der die Mutter seiner Frau keinen Ausweg sieht, als die ganze Geschichte so zu manipulieren und zusammen mit dem Jüngeren Sohn den alternden Vater zu betrügen. So zu betrügen, dass der Jüngere Sohn sich darstellt, als wäre er der Ältere. In der Hoffnung, dass der alte Vater, der auch kaum mehr sehen konnte, es nicht merkt. Er ahnt es, er spricht seinen Segen aus über den Jüngeren, dabei denkt er, es sei der Alte. Der Jüngere gibt sich für jemanden aus, der nicht war, um das zu bekommen, was er wollte. An dieser Stelle dieser Geschichte stellt sich mir die Frage, wenn du oder ich uns für jemanden ausgeben, den wir nicht sind, um etwas zu bekommen, durch unser Aussehen, durch unsere Intelligenz, durch unseren Fleiß und durch verschiedene Mechanismen und tatsächlich das bekommen, was wir wollen, wer bekommt es dann? Wir oder diejenigen, für die wir uns ausgeben, für die wir uns selbst ausgeben. Ihr ahnt schon, die Tragik in dieser Geschichte, der Jüngere Sohn bekommt zwar das, was er will, aber in diesem Augenblick verliert er alles. Er verliert seine Beziehung zu seinem Bruder. Sein Bruder bekommt das natürlich mit und er ist erbost und kann ihm das nicht verzeihen. Ja, er hegt Rachegedanken. Er zerstört seine Beziehung zu seinem eigenen Vater, den er betrogen hat und bei dem er sich für jemanden ausgegeben hat, der er nicht ist. Und letztlich führt das dazu, dass diese Familie zugrunde geht und kaputt wird. Es führt dazu, dass die Mutter ihren jüngeren Sohn nie wieder sehen sollte. Sie muss ihn wegschicken, um ihn in Sicherheit zu bringen vor seinem eigenen älteren Bruder. Die Familie zerbricht, der Sohn wird weggeschickt. Und in dieser Geschichte stellt sich mir die Frage, wer hat eigentlich welche Verantwortung? Dadurch, dass der Vater wichtige Entscheidungen nicht getroffen hat, hat er doch seine Frau und den jüngeren Sohn in diese Situation gebracht, in diese Not gebracht, dass sie die Dinge in die Hand nehmen müssen. Und wiederum, die Frau und der jüngere Sohn haben versucht, die Dinge auf ihre Weise zu erzwingen und an das heranzukommen, was sie wollten. Und dabei haben sie letztlich alles verloren. Und der Ältere hat keine Verantwortung übernommen. Und letztlich, als er das, was er wollte, verloren hat, erst dann hat ihm das ganze Leid getan. Er hat auch nicht gezeigt, dass er etwas mit dieser Familie in der Zukunft machen wollte. Eine komplexe Situation, in der jeder beteiligt ist, in der jeder verantwortlich ist. Das Schwierige an Familienkonflikten und Situationen ist, dass wir eben nicht als Dritte von außen auf die Situation schauen und sie bewerten, sondern, dass wir ein Teil der Geschichte sind. Wir sind ein Teil des Konflikts. Das, was wir sagen und nicht sagen, das, was wir tun und nicht tun, macht einen Unterschied. Und manchmal habe ich den Eindruck, egal wie wir es machen, egal wie wir die Dinge angehen, es wird schwierig, es wird nicht leicht. Die Familie zerbricht. Der Sohn flieht. Und in dieser Fluchtgeschichte, mit der dieser Sohn konfrontiert wird, ereignet sich etwas. Und das, was sich dort ereignet, möchte ich gerne aus der Heiligen Schrift, woher diese Geschichte stammt, vorlesen. Eine Episode in dieser Geschichte finden wir im ersten Mose, Kapitel 28. Und dort möchte ich gerne zunächst die Verse 10 und 11 lesen. Und da heißt es, und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopf Ende und legte sich nieder an jene Stätte. Jakob, das ist der jüngere Sohn, der jüngere Bruder, er haut ab in ein fernes Land, er flieht zu seiner Familie, die in der Ferne ist und auf diesem Weg wird es um ihn dunkel, da ist nichts. Eine Nacht davor hat er bei sich zu Hause geschlafen, beschützt, er war sicher, jetzt ist er den Elementen ausgesetzt, irgendwo da draußen und alles, was er hat, um sich hinzulegen, ist dieser Stein, an den er seinen Kopf anlegt. Und was mag er sich gedacht haben in dieser Nacht, nachdem er sich beruhigt hat und nachdem es dunkel wurde? Welche Ängste muss er durchgestanden haben in dieser Situation, in der er so verwundbar ist, wie noch nicht zuvor? Welche Gedanken mögen ihn beschäftigt haben? Ich habe meinen Vater betrogen, ich habe meinen Bruder betrogen, ich habe die Beziehung kaputt gemacht, ich bin hier draußen, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich weiß nicht, ob ich jemals zurückkehre und wenn Gott irgendetwas mit mir vorhatte, jemals, dann habe ich das kaputt gemacht. Ich wollte alles und dabei habe ich alles verloren. Was machen wir dort, wo wir wissen als Menschen, dass wir uns in die Situation, in der wir uns befinden, selbst gebracht haben, hinein manövriert haben, dort, wo es keinen Trost gibt, dort, wo wir nicht mal sagen können, der andere ist schuld, dort, wo wir wissen, wir sind dort, wo wir sind, aufgrund unseres eigenen Fehlers. Wo alles, was wir für uns selbst übrig haben, Vorwurf ist und Selbsthass und wo derjenige, ja der Einzige, von dem wir gehofft haben, dass er bei uns sei, wo auch der Kontakt mit ihm kaputt gegangen ist, Gott selbst. Wir lesen weiter und das, was sich hier abspielt, in dem, was wir lesen, berührt mich zutiefst. Es heißt ab Vers 12 und er träumte und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin und in dir und in deine Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen denn ich werde dich nicht verlassen bis ich getan was ich zu dir geredet habe unglaublich was hier passiert Jakob liegt da irgendwo da draußen verloren abgeschnitten von allem und allein die Müdigkeit zwingt ihn in den Schlaf und was träumt er er träumt von einem Leiter zwischen Himmel und Erde und die Engel die rauf und runter gehen als wäre die Verbindung zwischen Himmel und dem Himmel nicht abgebrochen ja es geht weiter Gott wendet sich ihm zu und an dieser Stelle habe ich mir überlegt was ich gesagt hätte wenn ich Gott wäre wahrscheinlich hätte ich gesagt Jakob was hast du gemacht wir hatten doch was vor ich hatte doch einen Plan mit dir du hast das kaputt gemacht jetzt müssen wir einen großen Umweg gehen und das allererste was du tust ist du kehrst zurück du entschuldigst dich bei deinem Vater du entschuldigst dich bei deiner Mutter sagst dir ich hätte mich von dir nicht manipulieren lassen dürfen und auch zu deinem Bruder gehst und sagst es tut mir leid und dann schauen wir ob wir was machen können und ich bin nicht mal sicher ob aus dieser Geschichte wirklich was wird denn ich bin wirklich enttäuscht von dir und das hätte ich wahrscheinlich gesagt wenn ich einen guten Tag hätte unglaublich kein Wort von dem was geschehen ist gar kein Wort nur Zuspruch das was ich mit deinen Vätern begonnen habe werde ich mit dir fortsetzen ich habe was mit dir vor dieses land wo du bist wo du jetzt verloren da liegst das soll dir gehören nichts hat sich an dem geändert was ich mit dir vor habe und da liegt er und er weiß nicht was ihm geschieht er fühlt sich schutzlos in niemals Land und Gott ich werde dich beschützen überall wo du hinkommst ich werde dich beschützen er weiß nicht was auf ihn zukommt ich werde dich überall begleiten wohin du kommst Jakob weiß nicht was die Zukunft bringt und er weiß nicht ob er jemals zurückkehren würde ich werde dich zurück bringen nach Hause und all das was ich dir versprochen habe wird sich erfüllen das ist alles was Gott in dieser Situation zu sagen hat wenn Gott einigermaßen mit dir und mit mir in dieser Großherzigkeit in diesem Erbarmen in dieser Weitsicht in dieser unablässigen Zuwendung umgeht wie mit Jakob dann haben wir es wirklich mit einem guten Gott zu tun dann haben wir es wirklich mit einem guten Gott zu tun wenn das der Gott der Bibel ist wie er hier geschildert wird wie er mit Menschen angesichts ihres Versagens mit ihnen um geht Jakob wacht auf ich lese weiter ab Vers 16 da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte fürwahr der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt und er fürchtete sich und sagte wie furchtbar ist diese Stätte dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein den er an sein Kopf Ende gelegt hatte und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und und gab diese Stätte den Namen Bethel Haus Gottes und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters dann soll der Herr mein Gott sein und dieser Stein den ich als Gedenkstein aufgestellt Jakob glaubt nicht was ihm da geschieht er kann es kaum fassen was da passiert er wacht auf und stellt fest Gott war da nur er hat es nicht gewusst in diesen ausweglosen Situationen in denen wir uns befinden mögen wir ihn nicht sehen aber er ist da Gott kommt nicht er ist da und das ist das was Jakob feststellt er war schon immer da nur er konnte es nicht sehen weil er zu sehr mit seinen eigenen Gedanken und Plänen beschäftigt war die Botschaft an dich und an mich angesichts unserer manchen komplexen Situationen die auswechslös scheinen in denen wir stecken ist Gott ist da auch wenn wir ihn nicht sehen können in diesen Situationen und ich wünsche dir und ich wünsche mir dass Gott uns hilft inne zu halten tief durch zu atmen und die Dinge nicht in einer Art und Weise anzugehen die uns weiter von Gott und von uns selbst entfremdet ja Jakob musste einen harten langen Weg gehen und es musste sehr viel passieren bis er innerlich bricht und bis sich das was er sich erhofft hat und was ihm versprochen wurde sich bewahrheitet ich wünsche dir dass dass du tief durchatmest dass ich tief durchatme dass wir die lage zumindest nicht schlimmer machen dass wir zumindest manches wort nicht sagen dass wir manche entscheidung nicht treffen dass wir uns bedenkzeit erbeten dass wir zumindest schauen dass der laden einigermaßen läuft im vertrauen darauf dass Gott zu seiner Zeit handeln wird und wenn dir das nicht gelungen ist und mir das nicht gelungen ist auf welchem Grund auch immer und wir uns in manchen schwierigen situationen befinden ja wo wir manche folgen und konsequenzen tragen müssen die wir vielleicht gar nicht mal besser machen können die unseren weg erschweren und langfristig schwieriger machen da wünsche ich mir dass du und ich merken wir haben es mit diesem Gott zu tun der unablässig bei uns bleibt bei dem nur Zuspruch auf seinen Lippen zu finden ist denn Scham ist genug und durch diesen Zuspruch und durch diese unablässige Zuwendung wird er dich und mich egal was geschieht führen und er wird uns letztlich zu dem durchbrechen lassen was du und ich sind und wozu er uns gemacht hat das wünsche ich dir und das wünsche ich mir ich möchte gerne ein Gebet sprechen unser Vater im Himmel hab Dank für deine Treue in unserem Leben und hab Dank dass du uns auch dort trägst wo manche Situation in der wir uns befinden ausweglos zu sein scheint danke 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 deine Zuwendung für deinen Zuspruch auch dort wo wir uns von dir und von den Menschen abwenden und in einer Art und Weise agieren die uns nicht voran bringt danke für die zweite und die dritte Chance die du uns in unserem Leben gibst und Vater im Himmel hab Dank dafür dass du da warst und dass du da bist und dass du bleibst Amen